Herzlich willkommen bei uns bei Street Kids International im Deutschlandbüro. Wir haben wieder einen Gast bei uns. Ich freue mich riesig, Nelly hier zu haben. Die war bei uns schon in Afrika. Und ich möchte dir einfach mal das Mikrofon geben und möchte, dass du vielleicht ein bisschen erzählst von dem, wie war es bei uns in Afrika, was hast du erlebt, wie waren deine emotionalen Eindrücke, was hast du gefühlt? Erzähl doch mal. Also ich fand es richtig cool, bei euch zu sein. Ich weiß noch, wie heute, dass wir so reingekommen sind. Es war wie so eine kleine, wunderbare Welt, die sich aufgetan hat. Und nachdem wir irgendwie länger auch unterwegs waren, um das Dorf zu erreichen. Und es war wunderschön. Da war das Kinderlachen zu hören sofort, die ganzen Kinder, die rumgesprungen sind, die zu uns gelaufen gekommen sind. Es war direkt so ein Welcome und eine wunderbare Vibes in der Luft. Ich habe mich total wohl gefühlt. Und dann waren wir auch ein paar Stunden bei euch. Das war wunderschön, einfach mit den Kindern zu spielen. Einfach mal alles anzuschauen. Da war so viel Liebe einfach und so viel Wärme. Und ich habe mich einfach gefreut, dass die Kinder so ein gutes Zuhause gefunden haben. Dass sie so ein tolles Zuhause haben, wo sie wirklich auch gesehen werden, wo sie wertgeschätzt werden, wo sie auch aufblühen können, wo die Talente auch gefördert werden können. Es war einfach total großartig. Ich habe mich super gefreut für die Kinder. Und ich bin so fasziniert von eurer Arbeit. Es ist total beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ganz, ganz toll. Ich bin tief beeindruckt. Hey, danke schön. Und du bist herzlich eingeladen. Kommst du einfach wieder, bring deinen Mann mit und verbring Zeit bei uns. Okay? Das macht mal so. Dankeschön, auf jeden Fall. Super. Dankeschön. Tschüss. Ciao.